Direkt vor mir! Okay, er schwebt. Äh... Ich bin dead. Oh... Ah, Rundfunk sprechen. Foto vom Geist... Geist irritieren? Foto von einem Geisterangriff. Ähm... Hast du... gemerkt was da gestanden ist, was man sagen kann? Mit dem Geist sprechen? Genau. Hast du nur noch einen Satz davon gemerkt? Show yourself. Okay, dann rennst du einfach durch und siehst das die ganze Zeit. Warte mal, ich schau jetzt mal was das... Die Kamera... Ah, die Kamera mit dem Bewegungssensor kostet nur 400. Scherzkekse. Für was sollte man das haben? Das rentiert sich doch nie im Leben, wenn man da jetzt 100 Dollar kriegt. True. Aber mit dem Dolch musst du den höllisch aufpassen, gell? Weil wenn du ihn am Boden haust, der verschwindet noch ein paar Sekunden, gell? Ja, ja. Das müssen wir machen, wenn er irgendwann mal angriffet oder so. Machen wir den nachher? Aber ist geil, gell? Wir müssen ein Foto vom Gespenst machen und wir müssen ein Foto von einem Geisterangriff machen. GG. 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 Fusspuren haben wir vermutlich wieder keine, weil ich bis jetzt nicht habe. Nein, eh auch nicht. Ah doch! Blutflecken. Hä. Es sind irgendwie immer Blutflecken. Haha. Ich könnte jetzt mal den Partikelzähler ausschlagen. Spiegel, ich habe den Spiegel. Spiegel, ich will den Spiegel nicht nehmen, Mann. Und zum Teddybeer in den Bus, habe ich auch da. Er schottert zum Fenster aus, nicht? Direkt zum Eingang, ja? Wer ist am Eingang? Gott, er ist direkt vor mir. Okay, er schwebt. Ich bin tot. Hat er dich echt gemacht? Ja. Ah, da ist so ein Ding. WTF, die sind voll schnell, die Ehrlichter. Du musst fünf sammeln. Ja, aber wie? Ich bin jetzt schon dreimal durchgerannt. Ah, mit E. Oh Gott, deswegen. Okay, ich habe schon drei. Super, jetzt muss ich meine Sachen haben. Er ist einfach vor mir gestanden und hat nichts getan. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt in Ruhe meine Sachen fertig machen. Ja, war nicht so. Ah, die Kamera. Die Ehrlichter sind echt schnell. Und die siehst du voll schnell. Weil es so hell ist überall. Ah, da bringt dir das Armband, glaube ich. Ja, aber die sind einfach fünfmal so schnell wie du. Aha. Aber die, die lupen sich nicht. Und du musst sie wie ein Gehörorte irgendwie. Ah, ja. Knurrt. Okay. Hast du ein paar Tikelzellen was gehört? Ich war gerade dran. Ich wollte es selber fertig machen. Dann hat er mich killt. Oh mein. Ich suche gerade das letzte. Es ist alles überbelichtet jetzt. Äh. Jetzt wenn er tot ist, ist einfach. Als übertrieben weiss. Die Ehrlichter sind weiss. Ah, dann bringt das Armband, glaube ich, schon viel. Nein, du. Ja, gut. Ich spiele es jetzt das erste Mal. Und ich habe jetzt vier von fünf. Ja, das ist. Letzte fällt mir einfach nur, weil ich es gerade nicht sehe. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Ha. Ah, du musst überleben. Ich bin wieder da. Wenn er mich jetzt direkt wieder killt, geht den Zug los. Ja. Ich wollte, ich wollte gerade, ich wollte ihn gerade irritieren. No. Hat er dich killt? Ja, ich bin dead. Aber ich habe mich irritiert. Sammel die Ehrlichter schnell. Ich habe es heuer gebracht. Was sind denn da welche um und an? Ich ja. Die sind mir vorher richtig um die Tore geflogen. Da liess ich jetzt gar keine. Du hörst irgendwie so eine Sura oder so. Der Kopf steckt in der Wand. Haha. Ich habe mich richtig hart reingenommen. Wir wissen keine mehr umeinander. Du hast denn gerade so eine I'm stuck step bro Situation da. So wie dein Leichnam in der Tür hängt, wenn er mal rein ist. Nimm einfach nicht den Spiegel. What are you doing step bro? Aber mich ist konsumern an. Hast du echt? Manches gibt vielleicht einmal wiederbeleben. Oh Gott. Was? Ja er ist mir gerade entgegen geflogen. Jetzt hat der Partikelzeller wieder weitergezählt. Und ich habe wieder geschwitzt. Alter ich bin richtig hart. Also ich habe geschwitzt gell. Mein Kopf schon durch. Ja er war ja. War ein Bier oder Marionette. Bitte nicht schon wieder die Marionette. Hast du weinen schon eintritt? Ah nein knurren war es. Knurren ja. Komm jetzt fangen wir die letzten 5%. Ah ne. Nimm mal den Rundfunken bei mir. Also nicht der Rundfunks. Sondern das. Gmf. Gmf. Gmf genau. Sag dir irgendwas auch. Ah jetzt da 500 bis 1000 Partikelzeller. Da ist schonmal schon ein Herr Senior. Könnte man da noch ins Blöckchen was hineinschreiben. Oh das ist ein Ding. Ja der Notizblock wird es noch ändern. 5 oder Red 3. Dann wissen wir es wer. Wird ausgeschlagen. Oh Mann ey der Hund. Mann der Scheiss Wirgel hat ihn richtig aggressiv gemacht. Und ich hab nix dabei zum geschützten. Ja es ist Red 3. Genau. Maha le Marionette wie der. Liebling. So dann. Und eine Wuderpuppe. Ah die ist nicht mehr da. Da ist sie. Hat er sich mal angeworfen. Was ist das nicht. Ich rate jetzt. Er knallt. Er knallt noch immer die Tür aus dem Hund. Was ist das nicht. Ich rate jetzt. Er ist noch aggressiv. Ja und hat das beide schon gemacht. Verdammt. Er ist nicht aggressiv. Gequält vielleicht. Oder wir haben was falsch. Ah gequält. Oh lol. Ja. Komm das. Das bring ich noch Solo zu Ende. Kasma. Goldene Bombe. Bruder. So geil wie dein Schädel. Oh Gott. So geil wie dein Schädel. So geil wie dein Schädel. Ja. Ja der Schädel gell. Jawoll. Ha. Kolben mit Visufaschen. Kolben Bombe. Ja weisch. Hauptsache jetzt ist nix mit Türen schliessen. Was du machen könntest weisch. Ja stimmt. Aber finde ich auch feiner. Ja. Ja ja. Ah ey. Er war ja gerade in der Küche. Er läuft gerade weg. Richtung Keller. Er war ja gerade. Du hast es schon mal gesehen. Vor dem Keller. Ey was. Ich will nicht verschissen weisch. Really. Wow. Oh Gott. Oh der kommt da nicht. Nice. Ja super. Jetzt hab ich nix mehr. Ja renn raus da. Er ist eh kurz gestunt. Weisch die Wunderpuppe. Er hat sie wirklich geworfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mal kurz raus. Dumm 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 dumm. Und das zählt nicht. Goldne Bombe. Ah. Jetzt so. Hast du dich auch mit der Hand genommen? Ja. Ah. Kolben. Knoll. Und Salz. Gespenst. Nimm gleich Kugeln. Ja. 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 Wenn er jetzt einmal stehen bleibt ist er verloren. Dann kriegt er gleich alles in die Geschnatze nacheinander. Das ist nur irgendwo. Echt? Oh. Kommt Stierger aber. Oh Gott. Das ist wie. Das war der Stierger in die Koche. Ja. Ja. Da wirf ihn nicht. Das ist mir zu uns hier. Ah das geht schnell da. Ich hab leider konfiert der Inventar. Hör auf damit. Schwein. Ich hab leider konfiert der. Oh da vor dir. Nice. Nice. Nein. Haha. Hä? 545 hab ich nur gekriegt. Ja. Ich auch. Ich hab echt auch noch 545 gekriegt. Hä?